Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich Ihnen unser Top 4 der besten Wi-Fi Repeater 2021 vorstellen werde. Los geht's! Auf Platz 4 haben wir den TP-Link Wi-Fi Repeater RE200 Amplifier gewählt. Die Marke TP-Link bietet hier ein Modell an, das mit fast allen Wi-Fi Boxen auf dem Markt kompatibel ist. Es wird also unabhängig vom Typ oder der Marke Ihrer Box für Sie gemacht sein. Darüber hinaus haben Sie dank seiner drei Antennen die Möglichkeit, die Wi-Fi Abdeckung auf bis zu 90 Quadratmeter zu erhöhen, was ausreicht, um auch in Ihrem Garten eine flüssige Verbindung zu genießen. Darüber hinaus müssen Sie sich keine Sorgen machen, wenn Sie mehrere Personen mit Gaming Computern 2021 Telefonen bedienen wollen. Denn dieses Modell wurde so konzipiert, dass es bis zu 15 Geräte gleichzeitig anschließen kann. Im Grunde ist dies ein Gerät, das Sie voll zufriedenstellen wird. Das i-Tüpfelchen ist, dass es einen Ethernet-Anschluss hat, der die Möglichkeit bietet, kabelgebundene Peripheriegeräte wie die Spielekonsole anzuschließen. Darüber hinaus garantiert die Verwendung der Dual-Band-High-Speed-Technik eine stabile und effiziente Verbindung. Das Nonplusultra beim Streaming. Wie immer bei TopTag, wenn Sie mehr Details über die technischen Eigenschaften und die besten Preise, die wir im Internet für Sie gefunden haben, erfahren möchten, gehen Sie zur Beschreibung dieses Videos. Dort stehen Ihnen alle klickbaren Links zur Verfügung. Auf dem dritten Platz haben wir den Netgear Mesh Tri-Bands Wi-Fi Repeater EX8000 gewählt. Wie das vorherige Modell können Sie mit allen Arten von Boxen verbinden. Sie müssen sich also keine Sorgen um die Kompatibilität machen. Darüber hinaus kann dieser Wi-Fi Repeater 50 Geräte gleichzeitig anschließen, was sogar für kleine Firmen ausreichend ist. Machen Sie sich keine Sorgen über die Reichweite, denn die WLAN-Abdeckung dieses Modells reicht bis zu 220 Quadratmeter. Darüber hinaus ist die Sicherheit Ihrer Verbindung gewährleistet, da er die drahtlosen Sicherheitsprotokolle WEP und WPA-WPA2 unterstützt. Außerdem garantiert Ihnen dieses Modell eine sehr hohe maximale Geschwindigkeit, hervorragend für Online-Spiele, Videos. Es hat eine Leistung von 3000 MBit die Sekunde. Zusätzlich zu diesen Funktionen, die Installation und die Verwendung dieses Gerätes ist ganz einfach. In der Tat müssen Sie nur seine WPS-Taste drücken, um eine Verbindung zu Ihrem Router herzustellen. Kurz gesagt, werden Sie eine reibungslose und stabile Internetverbindung in jeder Ecke Ihres Hauses genießen können. Auf dem zweiten Platz haben wir das Tenda Nova MW3 3 Wi-Fi Mesh System gewählt. Entwickelt für große Häuser ist das Nova MW3 3 ein echter Repeater für Sie. Während Sie Ihren Internetprovider mit einer Geschwindigkeit über 100 MBit die Sekunde haben, wird dieser Repeater ideal sein, um Ihnen eine gute Verbindung zu bieten. Darüber hinaus bietet er die Möglichkeit bis zu 40 Geräte gleichzeitig zu verbinden für maximale Zufriedenheit. Außerdem werden Sie kein Problem haben, dieses Gerät einzurichten, denn es ist mit der Tenda Wi-Fi Anwendung ausgestattet, die sehr ergonomisch und einfach zu bedienen ist. Letztere ermöglicht es Ihnen, Ihr Wi-Fi nicht nur einfacher, sondern auch schneller zu kontrollieren und zu verwalten. So werden Sie in der Lage sein, Einheiten in kurzer Zeit zu erhöhen und die Kindersicherung einzubeziehen. Die es erlaubt, Seiten zu blockieren, die für die Erziehung und die Sensibilität von Kindern gefährlich sind. Letztendlich gewährleistet dieser Wi-Fi Repeater die Sicherheit Ihrer Verbindung und schützt Ihre Privatsphäre vor Cyberbedrohungen und anderen. Und ich erinnere Sie daran, dass die besten Rabatte, die wir im Internet für Sie gefunden haben, in der Videobeschreibung stehen. Auf dem ersten Platz haben wir den Netgear Mesh Wi-Fi Repeater EX7300 gewählt. An der Spitze unseres Rankings haben wir den Netgear Mesh Wi-Fi Repeater EX700 gewählt. Es hat die Fähigkeit, 35 Peripheriegeräte zur gleichen Zeit zu verbinden. Mini-PCs, Smartphones, Tablets. Grundsätzlich kann jeder seine Leistung von bis zu 2200 MBit die Sekunde erreichen. Darüber hinaus wird es als das beste Wi-Fi Repeater Gerät 2021 mit dem besten Preis-Leistungs-Behältnis verglichen. Darüber hinaus kann dieses Modell Wi-Fi durch zwei Bänder übertragen. 2,4 GHz und 5 GHz. Als Ergebnis werden Sie in der Lage sein, Online-Spiele ohne Unterbrechung zu spielen. Im Grunde genommen wurde dieses Modell gemacht, um Liebhaber von Streaming und Online-Gaming zu befriedigen. Sein Gigabit-Ethernet-Anschluss ermöglicht es Ihnen, Ihre Geräte in der Nähe zu verbinden und von einer beeindruckenden Geschwindigkeit zu profitieren. Für seine Installation müssen Sie nicht von mittags bis 14 Uhr nachts darüber nachdenken. In der Tat ist diese WPS-Taste dafür verantwortlich, Ihnen die Arbeit zu erleichtern und alles ist im Handumdrehen fertig. Sie können auch den Zeitplan für jeden Benutzer definieren, was Ihnen erlaubt, die Kontrolle über die Verbindungszeit Ihrer Kinder zu haben. Jetzt lade ich Sie ein, zur Beschreibung dieses Videos zu gehen und auf alle Links zu klicken, um alle vollständigen Funktionen zu erhalten und die besten Preise, die wir im Internet für Sie gefunden haben, einzusehen. Wenn Ihnen dieses Video geholfen hat, Ihre Wahl zu treffen, dann geben Sie doch gerne dem Video einen Daumen nach oben und vergessen Sie nicht, auf den Abonnieren-Button zu klicken, um kein weiteres Top-Tech-Video mehr zu verpassen. Damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.